Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show und heute habe ich ein wunderschönes Service für Sie. Sie sehen es hier gerade schon, an der Tasse klammere ich mich fest und das stelle ich Ihnen heute zusammen vor mit der Julia. Hallo Julia, schön dass du da bist. Hallo Claudia. Und was ich dir heute vorstellen darf, unser Kombi-Service Puro. 16 teile ich in drei unterschiedlichen Farbkombinationen für gerade mal 49,95 Euro. Das ist echt ein sehr sehr guter Preis und es ist vor allem wunderschön. Oh ja, jedes Teil ist ein Unikat. Das ist handbemalt? Auch der Rand natürlich. Ja, wir können jetzt vielleicht mal in die Kamera reinhalten, wenn du den roséfarbenen Teller nimmst, dann sieht man schon, dass diese Struktur und Farbe schon auf den Tellern gleich ist, aber Sie sehen hier diese kleinen Sprenkel, die sind alle ein kleines bisschen unterschiedlich und das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal und so rein für das persönliche Feeling finde ich natürlich immer schöner, wenn jemand seine Kreativität, sein Handwerk und sowas reinbringen konnte. Muss ich es mit der Hand abwaschen, weil es handbemalt ist oder kann ich sie mit dem Spülspüler packen? Nein. Das ganze Chaos kann einfach direkt in die Spülmaschine wandern, Klappe zu und du hast keinen Ärger damit. Sehr schön. Und wie sieht es aus? Mikrowelle, ist das Mikrowelle geeignet? Auch Mikrowelle geeignet. Und vielleicht kommen wir noch mal auf die Farbe zu sprechen. Also der Grundton hier ist rosé mit so einem leichten hellen beige rosé. Genau, leicht pastellig. Hier wie du schon gesagt hast, das erinnert mich an so frische Limone oder Apfel, diese Granny Smith. Auch mit so einem grenfarbenen gelblichen Ton gemixt und hier auch eine so tolle Farbe dieses Türkis, oder? Genau und dann kombiniert mit diesem Steingrau, mag ich total gerne. Diese Kombi aus diesem knalligen Ton und dann das leicht gedämpfte. Gerade so ein bisschen gebrochen mit so einem rustikalen Look durch die Sprenkel und auch den Rand, wie du hier liest. Das stimmt, genau. Dieses leichte Braun mag ich total gerne. Und es ist so ein bisschen abgesetzt auch, ne? Genau. Ja, wer ganz mutig ist, kann natürlich auch wild mixen und matchen und sich zwei Teile in unterschiedlichen Farben kaufen. Das geht natürlich auch. Passt besonders gut zu so einer Sommerparty, finde ich. Absolut. Und du hast ja auch alles dabei. Schüssel, kleine Teller, große Teller. Also für jeden Bedarf. Das stimmt. So, diese Sets, diese 16-teiligen Sets sind im Angebot für 49,95. Wenn Sie jetzt aber sagen, Mensch, es wäre schon schön, wenn ich so einen Kuchen anrichte, eine etwas größere Platte zu haben, die können Sie auch dazu kaufen. Und Sie können Puro natürlich wie immer bei uns per Telefon bestellen. Sie rufen einfach die Hotline an. Oder Sie setzen sich gemütlich mit einer Tasse Kaffee fürs Internet, www.hoffner.de und dann oben in der Suchleiste Puro eingeben. Oder Sie kommen einfach bei Höffner in den Filialen vorbei und können sich diese wunderschönen Farben einfach nochmal live anschauen. 49,95. Super Preis. Julia, ganz lieben Dank, dass du da warst. Es hat mich gefreut. Mich auch sehr. Und ja, Ihnen wünsche ich ganz viel Spaß beim Bestellen. Genießen Sie das schöne Wetter da draußen und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.